ähm wir gehen zurück zum garten der feen los hier rafi wassapp wunderva 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 so okay er hat mich geschobst und du ein mensch komme ich nicht zu nahe das ist jetzt der bruder vom typ im cottage wie konnte rafi nur so einfällig sein und tatsächlich ein menschen unser herrliches reich führen menschen bringen nur unglück und verderben da bin ich der richtige für ich lasse dich nur passieren da habe ich was wir hast du mensch den beutel von meinem vater du hast eine fee warte wir werden uns wiedersehen und ich bin bereit ich werde dich auseinander nehmen oh nein doppelt oh nein werde die wieder attackiert was die viel noch nicht die werde ich will ich auch nicht was wer hat so ne Scheiss schnell feuerwaffe Oh Gott, ich kann nicht mehr fliegen. Flieg. Nein. Oh Gott. Na gut, ich bin zu schwach. So, jetzt. Ich bin schon Level 8. Du. 50. Okay, was haben wir hier? Wilder, gemeiner Feen. Tyralin, die Hauptstadt. Ich will nach Tyralin. Was? Weißt du, Tyralin? Okay. Tyralin, ja. Wo ist der Heiltrank? Wo ist der Heiltrank? Gut, 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 gut. Nicht den Wald. Ich hasse den Wald. Ich hasse den Wald. Der verwunschene Wald. Bitte nicht. Bitte nicht. Keine Fee, die mich angreift. Oh ja, 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 in der Straße. In der Straße ist gut. Keine bösen Tiere. Keine Wölfe. Oh Gott. Wie du? Wie du? Ja. Ich bin auch überrascht. Ich bin überrascht. Was für ein riesiges Geschöpf bist denn du? Ich wandere in den Wäldern, suche ich noch seltener Zoo entfernt. Was? Besonders gefährlich werden sie, wenn sie ihren Vergifterspruch einsetzen. Deine getroffene Fee, viel jetzt ständig Lebensenergie, solange sie nicht in der Astra. Solange sie sie... Ah, okay. Das sind da, glaube ich, diese Lichter. Ob ich auch meine Vergifte wieder zu heilen benötigt, zu Trinkmedizin. Hier bitte hier... Ah, gut. Ja, sorry. Melon. Oh. Okay, du kleiner Typ. Du bist also Amy aus der Menschenwelt. Willkommen vor den Toren von Tyralin. Gut, dass ich dich noch antreffe. Rafi erzählte mir von deinem Erscheinen in Sansara und gab mir den Auftrag, mich ein wenig um dich zu kümmern. Aber seitdem sind viele furchtbare Dinge passiert. Man hört Geschichten über das Erscheinen von Schattenelfen, einem bösartigen, dunklen Volk, das eigentlich im Schattenreich lebt. Pixies laufen durch die Gegend und große Stachelbüsche wachsen wie Unkraut aus dem Boden. Jetzt musste ich auch noch erfahren, dass mein Vater, Kuinling, der Zwergenmeister, verschwunden ist. Er sah die unruhigen Zeiten kommen und jetzt, da wir ihn brauchen, findet ihn niemand mehr. Hoffentlich verstehst du, dass ich mich auf die Suche nach meinem Vater begeben muss. Ähm, er ist nicht mehr der Jüngste und braucht bestimmt meine Hilfe. Auf Wiedersehen! Ah, oh, ich hätte es fast vergessen. Rafi bat mich, bei unserem letzten Treffen dir dieses Buch zu überreichen. Es ist das Buch der Feen. Jeder anständige Feenmeister sollte eines haben. Du kannst darin deine gesammelten Feen verwalten und dich über ihre Stärke und Schwächen informieren. Entschuldige mich, aber nun muss ich wirklich weiter. Gib mir den Bok, gib mir den Bok. Uh, der Feen. Juhu, Pokédex. Halt die Fresse, du kleiner Wolf. Ja, da muss ich gleich husten. Du, sorry. Und jetzt. Du, oh Mann, hab ich schon. Ja, kleine. Oh, eine Fremde in unserer schönen Stadt. Oh, die geweint. Die sind unruhige Zeiten. Na ja, ja, ja. Schattenelfen. Ja, ja, ja. Ich möchte erst mal nichts wissen. Was bist du? Ein Mensch in Sansara? Du hast sicher Gold gefunden. Nein. Let's go here hinein. What do we find here? Du. Bei allen Zerberwesen Sansaras. Ein Bürgermeister. Ein Mensch in unserer Stadt. In unserer, unserer Stadt. Wer konnte es ahnen? Bla, bla. Bölen, bla, bla. Böse Gerüchte, Schattenelfen, bla, bla. Gut. Links, da rechts. Gut. Gut. Ah, what? Run, 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 run. I'm walking. Yes, indeed. What? Ja. Karte des verwunschenen Waldes. Du bist also das Menschenkind, von dem berichtet wird. Ich bin die Bewohnerin der Geschichten, bla, bla, bla. Du sollst gar nichts erzählen. Trank, trank, trank. Ist gut, gut, gut. Geld. Give me the gold. Yep. Will ich. Und es begab sich, dass das Chaos über Sansara hereinbrach. Damals wuchsen die Dornenbüsche auf den Wegen und Häusern. Niemand, nicht einmal der Druide aus dem Reich der Wolken, fand ein Mittel gegen diese Plage. Doch die Lieder der Alten singen von einem Feenzauber, verborgen im tiefsten Sumpf. Eines Tages wird ein Held diesen Zauber finden und die Dornenbüsche endlich überwinden. Ich werde es sein. War da oben? War da noch ein Raum? Oh mein Gott. I'm walking. Yes indeed, I'm walking. Go, go, go. Kennt ihr Lola rennt? Jetzt mach ich Amy rennt. Amy rennt. Oh yeah. Go, go. Let's go outside. Wieso schauen mich alle an? So sieht man sich wieder, Menschenmädchen. Glaubst du wirklich, du konntest gegen mich Seemus dem Großen? Jawohl. Ich mach dich kaputt. Kaputt. What? 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 Und runter. Bumm. Du musst mir Sechs legen. Okay, er muss lange laden. Dich nicht. Verstecke mich. Jawohl. Die besiegt. Next. Daneben. What? Und der Big One. Oh, der Typ nimmt richtig Schaden. Wir laden beide lange. Achtundzwanzig. Achtundzwanzig. Come on over. What? I besiegt. Laden. Laden. Er wird er mich nicht besiegen. Bam. Daneben, daneben. Don't hit me. Ja, du Kleiner. 19 girls in a row. Und das sind 17. Ball. Bang. Bang. Nimm Schaden ohne Ende. Hab ich keine Mana mehr. Du. Yeah. Und dort. Haben wir noch was? Nö. Das war Simus der Große. Oh, ja, ja, ja. Du hast elf gelegt. Oh, jetzt aber. Oh, ho. Oh, ho. Jetzt. Meine Feen. Ah, sorry. Falsche Stimme. Meine Feen haben nicht richtig gekämpft, sonst hätte ich gewonnen. Die Sonne hat mich geblendet und ich hatte Gegenwind. Ich gehe zurück in den Wald und werde viele starke Feen sammeln für das nächste Duell. Ah, komm, halt's Maul. Wo bist du hin? Ich würde dich auslachen. Was hast du da, Blaus? Was hast du da, Blaus? Interessant. Ja. Was? Was? Ich glaube nicht. Hätte ich das mal lesen sollen. Weil der Typ nimmt mich, glaube ich, jetzt richtig auseinander. Hätte ich jetzt was noch heilen sollen. Hab wieder zu schnell geklickt. Wieder nicht warten. Ui. Don't töte mich. Okay. Da haben wir mal Schwein gehabt. Was hast du da gelbes über deinem Kopf? Wieder so ein Passiv-Thing. Passiv-Things. Ah, die ist besoffen. Du wirst mich nicht besiegen. Ich habe mehr Power als du. Kacki. Einfach kacki. Autsch. Bitte, schaute Fah. Die besiegt. Die große Daudu. Come on. Hä? Das hast du nicht erwartet. Tja. Ui. Ui. Oh, kält. Nein. Besiegt, besiegt. Skog gekämpft. Gleichwertige. Bla, bla, bla. Ja. Bla, bla. Gut. Ich möchte jetzt gerne alle meine Fähne ein. Ich möchte jetzt gerne allesarte. Zum Beispiel.